Ja, zack und zack. Fünf, vier, drei. Hi, ich bin's. Und das ist Mario Kart 8. Ja, das will keiner wissen, das interessiert eh keinen. Doch, mich interessiert das. Nee, 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 das interessiert keinen. Das interessiert keinen. Hi, das ist Mario Kart 8 Deluxe. Weißt du, Yoshi ist immer der, der sich aufregt, auch schon wieder Babypacker. Jetzt ist er selber in dieser Phase. Was denn für ein scheiß Käseland, was soll die Kacke denn? Ja, ist er nicht. Nee, das kenne ich gar nicht von Josh. Der Zag ist dabei. Wie ihr seht, ist heute der Feuer, Neo dabei. Das kann echt nicht sein, Josh wurde ausgewechselt. Was ist das für ein dreckiges Lachen? Josh ist halt auch eigentlich viel besser. Hast du das nie genommen, Neo? Wenn man so verzweifelt ist, dass eh alles schief geht. Ja, vielleicht ist das mal gut. Ja, natürlich. Krieg ich eine Münze und erst drei Bananen. Ich bin jedes Mal am Anfang als erstes Alten Münze. Hab ich erst oder vier da bin, ne? Oh, fuck. Fährt jeder meine Bananen rein, ey. Das ist mal ein Schutz. Ja, ey. Danke, dass ihr in meine Bananen gefallen seid. Mann. Hä? Wieso ist denn jetzt die Rote, der jetzt weg? Bitte. Ach, Josh. Och. Josh. Josh nimmt ja die mega-mesen... Ach, der ist ja schon wieder da. Läuft. Nein, Josh. Nein, ich will mich dran. Oh, Mann. Nein, Rote. Hallo. Hallo, Jus. Hallo. Hallo, Jus. Hallo, Jus. Hallo, Jus. Hallo, Jus. Ach, nö. Als ob ich an den Alten vorbeifahre. Was ist das denn? Was bin ich denn für einer? Ach, komm schon, Pflanze, frisst doch nicht gerade, dass ich in die Sand fahre. Also wie ein Alt-Gauder. War doch immer. Alt-Gauder. Sehr alter Gauder. Also der ist schon so richtig alt und ranzig. Alter. Das ist nicht mehr mittelalt, das ist schon starne alt. Nein, als ob... Ey, wer fährt denn immer in meine Sachen rein? Als ob ich so ein Bullshit krieg! Nein, Deo! Als ob ich erster bin, auf diese landen! Nein, Deo! Was ist das denn für'n Scheiß! Ey, ohne Witz! Jaa, so awesome! Heißt, Strecke! So, was nehmen wir denn jetzt mal? Ach, die Gruselwilder! Ich wusste, dass du mit der Gruselwilder kommst und entgegenstecken! Ja, du nimmst immer die gleichen Strecken, guck mal, die hatten wir jetzt schon eben gehabt. Mach! Ach, geht doch! Deine aber auch jedes Mal! Die ist häufiger schon als die Drachenstrecke reingewesen! Ja, aber ihr nennt ja die gleichen Maps wie bei der Session schon. Ja, aber ihr nennt ja die gleichen Maps wie bei der Session schon. Nein! Meine Gruselwilder nehme ich geworfen! Die haben beide ne Anst- Nein! Gar nicht! Ja, einmal ne Session vielleicht! Oder zweimal! Die haben beide ne Scheiß-Streckenführung, aber Dings sieht cooler aus! Ey, beleidigen wir nicht meine Gruselwilder, die ist geil, ja! Ich komme nämlich so hart bei dieser Musik schon, ey! Ah Neo, lass mich ver- Oh! Wow! Fliege ich ins Tages-Scheiß-Teil hinten noch rein! Ähm, ja, ey! Ohne Spaß! Warum heute habt ihr's irgendwie mit den Händen? Geh doch weg mit deiner Scheiß-Roten! Bitteschön! Toi, jetzt wollte ich die Rote hinten dranhängen, weil ich dachte, die geht auf mich! Ja, da kommt die nächste Rote! Manu, so fühlt sich das an, wenn man vorne ist! Kenn ich nicht! Neo hat noch nie ne Rote gesehen! Außer wenn er das selber wirft! Alter, wie lange fliegen die Roten denn? Hey, meine Pflanze hatte ich doch gerade gegessen, Neo! Nein! Ja, jetzt fahr- Ja, genau! Ich fahr noch ein paar Mal dagegen! Kann man mal machen! Was bildest du dir eigentlich ein mit deiner komischen Pflanze da? Was bildest du dir eigentlich ein? Ich glaube nur, dass du hackst! Ich hab doch die Hacks an! Das weiß doch eh jeder! Deswegen bin ich auch immer so schlecht! Weil ich damit nicht umgehen kann! Alter, Neo ist 2, oder? Ja, gib mir doch mal ne 4! Ja, komm! Ey, dass man als vierter ne Pflanze bekommt, ist halt richtig low! Krieg's jetzt aber wieder zurück, ey! Ach, hier fangen wir auch! Fuck, man! Was macht ihr da? Spielt ihr alle Ping-Pong auf den letzten Kurven? Das sah so geil aus! Ja, ja, dann lachst du, ne? Warum gewinnt Josh meine Map, Alter? Find ich jetzt scheiße! Ich nehm die Map jetzt nicht mehr! Ey, dann darfst du auch die Wolken-Ding-Strecke nicht mehr nehmen, ne? Hä? Warum? Weil ich die auch letztes Mal gewonnen hab! Ja, und? Ah! Deine Map? Eines Tages gewinnt Neo auch mal wieder eine Strecke! Deine Map muss weise sein, Neo! Sehr weise! Ja! Richtig, richtig weise! Ach, Gott! Wolltest du diese Session? Du hast vor einer Folge gesagt, boah, die nächsten drei, vier Folgen nehm ich dir! Nein, die nächsten drei, vier Runden! Alter Schwede! Dieser Neo! Ich will doch nicht schon wieder letzter werden, Mann! Sonst hatte ich immer eine richtig scheiß Aufnahme-Session und eine, wo man immer so mit leben konnte im Wechsel! Und jetzt habe ich die dritte Scheiß-Aufnahme-Session in Folge! Tschüss! Ich hab' in der Bruderschaft des Zargismus gegangen und deswegen... Boah, bei der Merck, ich voll Bock auf Big Blue, also... Ja, schnell noch mal wieder Big Blue! Hab' ich ja gerade schon mal, aber die kam nicht durch! Ja! 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 Zag hat ein Pilz! Ja! 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 Erstmal mich meckern, ne? Hm? Dann selber ein gutes Item kriegen, ne? Ich hatte kein Item! Hä, und wie bist du dann vor mir gekommen? Ich wär' einfach besser die Kurve gefahren! Ja, du hackst einfach! Pilze auf dieser Strecke sind auch eher so unnötig, würde ich mal mal sagen! Ja, stimmt schon! Wirklich eine Strecke ohne Pilze bist du eigentlich besser dran! Oh Gott, die Bombe! Was ist so nah an mir dran? Nein, Tiger! Hey, hör doch! Warum fährst du über mich rein? Bin ich so anziehend, oder was? Das ist immer alle mich rein! Lol, was hattest du denn da alles? Hast du Grüne und Rode gemischt, oder was? Ja, ich hab' erst die Rode abgeschossen und die Grünen sind aber schneller als die Rode! Ja, man, du schießt nach hinten! So ein Pisser, ey! Ach, komm schon! Scheiß Teamwork hier! Ach, jetzt kriegt ihr auch schon mal meine Items! Kann schon mal nichts werden! Ja, erwartet, bis ich ihn überhole! Dass ich ja noch vier da werde! Nein! Als ob! Ja, das wirst du doch eh nicht, Mann! Wenn ich schon wieder so scheiße fahr! Nee! Nicht dein Ernst! Es ist nicht dein Ernst! Ja! Ja! Er fällt einfach voll auf die Strecke, wo man nicht weiterfahren kann! Und der Ding frisst mich und schmeißt mich nach außen weg, ey! Boah! Ja, alles scheißegal! Hauptsache, gewinnt nicht! Alter! Ey, das ist ja... Ey, Mann! Hier geht's um den Spaß nicht! Ob ich das nicht gewinnen oder nicht! Dann musst du jetzt... Ich habe Spaß, wenn Manu oder ich gewinnen! Das ist jetzt mal Spaß! Was soll das jetzt heißt? Was hast du gegen mich? Ja, guter George! Nur weil ich mal eben Fehler gewonnen bin auf den Park, oder was? Ja, ist gut beeinflusst, oder? Team Yosen, Alter! Yosen live! Ja, fuck! Team Yosen live, Mann! Ihr gönnt's mir echt nicht, oder? Ihr gönnt's mir echt nicht, oder? Ihr gönnt's mir echt nicht! Neo, warum bist du so still? Ist okay halt hier, Neo? Ja, ich kann auch stehen bleiben eigentlich, weil... Das ändert das eh nichts mehr! Ja! Doch, du kannst doch einen Punkt kriegen! Achso, ja, du kriegst ja gut! Du hast auch wieder recht, aber du kannst auch mehr als einen Punkt kriegen, wenn du dich jetzt anstrengst! Ey, was steht's für mich? Na komm, Anu, fahren wir doch nicht genau in die Quere damit! Will den der Fall erwischen! Fehler bei der Datenübertragung! Alles klar! Ausreden! Wirklich! Könnt ihr bei mir in der Folge nachbucken? Na, der Bot fährt jetzt für dich wahrscheinlich besser als du! Nee! Was? Was? Ich häng noch ne schnelle Solo-Runde hinten ran hier! Zeit fahren! Gewinn ich mal! Oh, man! Gegen, gegen wen fährt man beim Zeitwagen? Maximalt nicht selbst! Gegen niemanden! Oder? So! Was will ich mit so vielen Bananen?! Noch ne schöne Runde Yoshita! Muss ich ja machen, gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nein! Ach, diese scheiß Bananen überall hier! So, was habt ihr davon? Erster Roman! Ach, als! Oh Gott! Was habt ihr mich gegönnt habt! So habt ihr schon fertig seid! Ich bin gerade, gerade rein hier! Oh! 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 Bananen ist jetzt auch auf unserem Level! Gerade so letzte Kurve! Alter Schwede! Ich hab nicht Zeit, oder? Ich hab den Scheiß-Eidems da angerauscht von hinten! Ich gewinne gerade hier dieses komische Spiel! Ja, super Neo! Ja, super Neo! Ich muss die Abwand machen, ne? Jo, Neo! Abwand! So! Dann würd ihr euch jetzt noch viel Spaß bei einer... Ich muss die Runde noch zu Ende fahren! Ja! Tut mir leid für deine Folge! Oh! Ist okay! Dann sag ich... Und die Runde ist genau jetzt zu Ende! So, das war's! 36 Sekunden! Dankeschön fürs Zusehen! Macht's gut! Haut rein! Und tschüss! Ciao! 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 Ciao!